Das Problem ist, man muss sie auf allen vier Seiten machen. Ja, bin ich von da nach da, das ist schön, aber wie komme ich jetzt von da nochmal nach da? Ich glaube, ich weiß. Nein. Probier es mal. So. Shit, der ist gepowered. Das ist gepowered, das darf nicht sein. Das Rätztron-Signal darf nicht gepowered sein. Nein, nicht den Rätztron wegmachen. Oh, shit. Das ridiculous. So. Okay. Ja, da ist wieder eine Problematik da. Wie kriege ich das jetzt hin? Es gibt noch eine Möglichkeit, meine ich. Warte mal. Was ist denn, wenn ich... So mach. Und so mach. Und so mach. Da müsste doch dann eigentlich die Fackel ausschalten. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber ist das nicht egal? Warte mal. Das ist doch eigentlich furz piep egal, wie das hier ist. Das ist doch furz piep egal, weil die einmal tue ich ja erst nachher rein, das schaltet dann automatisch um. Ist doch egal, ob die jetzt leuchtet oder ob sie es nicht tut, die wird so oder so umgeschaltet. Okay. 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 Oder vertue ich mich da jetzt? Aber wenn die jetzt angeht, geht die aus. Oder habe ich da einen kurzen da drin? Da habe ich da einen kurzen drin. Dann müssen wir das doch so machen. Der spricht den auf jeden Fall an. Nein. So, der spricht den jetzt an. Okay. Okay. So. Da kommt jetzt ein Block hin. Dann kommt hier eine Redstone Torch dran. So. Die schaltet dann trotzdem um. Das geht. Das geht. Ja, ich mache eine Fackel hin. Und das ist sehr intelligent. Ich mache jetzt nur die Seite, die teste ich durch. Und die andere Sachen, die machen wir dann später mal. Dann habe ich nämlich sozusagen erstmal die Schnurze voll. Okay. 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 Vielen Dank. So, jetzt müssen wir erstmal in jeden Dispenser werde ich jetzt einen Cobblestone reinpacken und dann werden wir das mal ausprobieren, ob der das durchschaltet. Heiliges Kanonenrohr ist das ein Akt. Und das muss ich nochmal komplett rummachen. Muss dann daran angeschlossen werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. Oh, ich muss mal was essen, sehe ich gerade. So, jetzt müssen eigentlich in allen fünf Etagen die Cobblestones rausgeschmissen worden sein. Ich hoffe es, ich hoffe es. Das kann ich ja jetzt nachkontrollieren. Also, die geht. Die geht auch. Nein, lass mich durch. Die geht auch. Die liegt da auch. Die geht auch. Die geht auch. Und das waren sie. Boah, war das jetzt ein Akt gewesen. Und die ganze Schoße müssen wir jetzt noch rüberkriegen auf all die Schoße. Aber das werden wir vielleicht einfacher hinkriegen. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Und hier könnte man ja... Nein, könnte man nicht... Wie kann ich das denn abgreifen? Von da kann ich das gar nicht abgreifen. Aber hier kann ich das abgreifen. Der wird das weitermachen. Hier runter. Du kommst mal weg. Schlammeln wir jetzt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn... Ich glaube bis dahin geht es nicht mehr. Habe ich noch? Habe ich. Ich will das mal ganz kurz gegen checken. Jo, die geht nicht mehr. Das würde bedeuten... Hier müsste ein Verstärker hin. Ab da. So, dann können wir jetzt hier weitergehen. Und zwar so. Und dann mache ich da so. Das müsste funktionieren. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, kann ich auch einfach so machen. Aber der muss ja eigentlich nur den Block bepowern. Und dann sollte das Signal umschalten. Kann ich ja kurz feststellen. Nein, das geht nicht. So geht's. Gut. Dann müsste ich hier eine Redstone Torch drauf machen können. Die schaltet dann auch um. Okay. Okay. Ich wollte es jetzt hier mal machen. Ich weiß, das geht nicht. Ich weiß, was ich hier nicht mehr machen kann. Also geht's. Ich weiß, was ich hier nicht mehr machen. Und dann mache ich das. Nichts? Ich weiß, was ich weiß, was das. Dann müssen wir Doorts rein wieder rüber. Warte mal, ich mach doch bestimmt einen Denkfehler bei der ganzen Geschichte. Was ist denn, wenn ich Nummer angenommen, ich mach so. Würde der den Block powern? Kann ich jetzt nicht sehen, ne? Verdammt! Würde der Block powern? Würde der Block powern? Jo, die schaltet um. Gut, das geht also. Oh fuck, ich komm da nicht rüber. Ach, nicht doch. Gut, der hat das jetzt bepowert. Das heißt, ich kann jetzt hier weiter hochgehen. Dann könnte ich wieder so machen und so machen. Der schaltet das auch um. Gut, das geht 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 auch um.